Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauer, zum nächsten Teil aus der Bibliothek der Kirchenväter. Wir stücken immer noch im ersten Jahrhundert fest, nach Christus, bei Philon von Alexandria und springen wieder in den Dekalogo rein. Hier, und zwar, wieder die Hälfte schon geschafft bis Kapitel 17 und werden heute ab Kapitel 18 hier fortsetzen den Rest. Ja, legen wir gleich los. Was du zu ihm sprächest, um der Freundschaft willen, tue das Unrecht. Handle gegen das Gesetz. Hilf mir bei meinem frevelhaften Tun. Es ist doch klar, dass er, wenn er es hört, der vermeintlichen Freundschaft den Rücken kehren und sich selbst nur Vorwürfe machen wird darüber, dass er überhaupt mit einem solchen Manne Freundschaft gehalten hat. Er wird entsetzt wie vor einem wilden, toll gewordenen Tiere davoneilen. Nun, wozu du selbst den Freund nicht zu bringen wagen wirst, dafür willst du, ohne zu erröten, Gott als Zeugen anrufen, ihn in Vater und Lenker des Weltalls? Tust du dies, obwohl du weißt, dass er alles sieht und hört, oder weil du es nicht weißt? Wenn du es nicht weißt, dann bist du ohne Gottes Glauben. Die Quelle alles Unrechts aber ist der mangelnde Glaube an Gott. Außerdem aber machst du den Eid bedeutungslos, da du schwörst bei dem, der nach deiner Ansicht gar nicht Acht hat, auf die Handlung der Menschen gleich, als ob er sich doch um sie kümmerte. Weißt du es, aber gewiß, dass Gottes Vorsehung alles leitet, so kann es kein größeres Maß von Gottlosigkeit geben, denn du sprichst, wenn auch nicht mit dem Munde und mit der Zunge, so doch im Herzen zu Gott. Bezeuge mir meine Unwahrheit, hilf mir betrügen, hilf mir leichtfertig handeln, meine einzige Hoffnung bei den Menschen, meinen guten Namen zu behalten. Beruht darauf, dass du die Wahrheit verschleiern hilfst, werde du ein Übeltäter für einen anderen, du der Bessere für den Schlechten, für einen Menschen und zwar einen Elenden, du Gott, der Beste von allen. Ja, okay, Kapitel 19. Es gibt auch Menschen, die gar nicht aus Gewinnsucht, sondern nur aus schlechter Gewohnheit, allzu viel und ohne Überlegung, bei jeder beliebigen Gelegenheit schwören, auch wenn gar nichts bestritten wird, indem sie die leeren Behauptungen in ihrer Rede für die verderbten Worte, die zwar sie in dem Wort, ist wohl die Gerechtigkeit, der in dem Wort zu lesen, okay, na, das konnte ich halt fix lesen, noch mit Eid bekräftigen wollen, als ob es nicht besser wäre, den Redeschwall zu kürzen oder noch besser gänzlich zu schweigen, denn aus vielem Schwören entsteht Falschschwören und gottloses Tun, gemäß der Doppeldeutung, die in der Bibel gebrauchte und zweierlei Auffassungen zulassenden Ausdruck auch im Talmud erfährt, wie im Taktat ist jetzt alles egal. Also ja, natürlich hat Jesus ja auch gesagt, ihr sollt nicht allgemein schwören, da behaupten einige, man darf gar nicht schwören, aber ich denke, es ist so zu verstehen, dass es nicht in beliebiger Sache geschworen werden soll, sondern nur in ernstzunehmenden Dingen, wie zum Beispiel vor Gericht. Machen wir weiter. Deshalb soll auch einer, der schwören will, alles sorgfältig und gar peinlich geprüft haben, die Sache, ob sie gar so wichtig ist, ob sie wirklich geschehen ist und ob er das Geschehene genau wahrgenommen, sich selbst, ob er rein an Seele, Leib und Zunge ist, ob die Seele rein von gesetzwidrigem Tun, der Leib reiten von Befleckungen, die Zunge rein von lästerlicher Rede, denn sündhaft wäre es, wenn durch den Mund, mit dem einer den heiligsten Namen ausspricht, auch irgendwelche häßlichen Reden gingen. Ja, sollte man natürlich aufpassen, weil wer schwört, ja, bei dem Namen Gottes, der wird bestraft werden von Gott recht zumal, ja, wenn er etwas Falsches schwört. Weiter suche er dazu auch einen geeigneten Ort und die eigene Zeit, die ich weiß ganz gut, dass manche an profanen und unreinen Orten, wo man nicht des Vaters oder der Mutter auch nur einen fremden alten Mann, Mannes, der rechtschaffen gelebt hat, gedenken dürfte. Schwur auf Schwur häufen und ganze Reden, die aus lauter Eiden bestehen, aneinanderreihen und dabei den vielgestaltigen Namen Gottes an unpassender Stelle in friedlichster Weise missbrauchen. Ja, den Namen Gottes soll man ja auch nicht missbrauchen. Wer nun das Gesagte missachtet, soll erstens wissen, dass er verrucht und unrein ist, dann, dass stets die schwersten Strafen sein erwarten, ja, das kann gut sein, indem ihr zur Aufsicht über die Handlungen der Menschen gesetzte Gerechtigkeit unbeugsam und unbitterlich so großen Vergehen verfolgt und, wenn sie nicht augenblicklich zu Strafen für gut findet, unter schweren Bedingungen die Strafe gleichsam auf Borg zu gehen, auf Borg zu gehen, okay, scheint, die sie aber dann, wenn es Zeit ist, zum allgemeinen Nutzen einfordert. Ja, ne, falsches Schwören, das wird immer Gottes Rache mit sich ziehen, wenn es bei dem Namen Gottes geschworen wurde. Interessant auch hier die Worte mit unreinen Ort und profanen Ort, also auch wieder gemein und unrein, ja, wird hier unterschieden, das kannte wohl schon noch Philo von Alexandrien, die Christen heute kennen das so gut wie gar nicht mehr. Gut, liegt auch an den Bibellehrern und Bibelübersetzungen. Machen wir weiter, Kapitel 20. Das vierte Gebot handelt vom heiligen Sabbat. Jetzt hatten wir ja gerade das dritte Gebot mit dem Schwören, damit sollte man aufpassen, ne, jetzt kommen wir zum Sabbatgebot, schauen wir doch mal, was hierzu gesagt wird. Dass es in frommer und gottgefälliger Weise gefeiert werde, Diesen siebten Tag feiern einige Staaten einmal im Monat. In Griechenland war der siebte Tag jeden Monats dem Gotte Apollon geweiht. Okay, an manchen Orten wurde er als Festtag gefeiert durch Darbringung von Opfern, z.B. in Sparta, indem sie vom Neumond, für die gemäß Gottes Neumonde, Okay, ja, hier kann ich auch noch lesen auf Griechisch, ist nach Korns Vermutung die gemäß, das weiß ich nicht, aber das heißt auch wieder Neumond, Neuung. Vom Anfang des Monats, vom Anfang, könnte auch Anfang hier bedeuten, könnte sein, zu lesen. Die Vermutung ist spät durch den vatikanischen Palmsest bestätigt worden, abzählen das Volk der Juden, aber regelmäßig immer nach sechs Tagen. Interessant hier auch, gibt es wohl eine Ansicht, dass die Wochenzählung wohl ab Monats beginnt, bei den Griechen, bei den Heiden wohl angenommen wurde, wenn ich das hier so rauslese, um den siebten Tag nach Monatsanfang zu heiligen. Ja, aber die Juden, ja, hier nachweislich, aber doch mal einen schönen Beweis gegen den Lunasabbat, historisch zumindest gesehen, wenn diese Schriften wirklich auf das erste Jahrhundert nach Christus herzuleiten sind. Das hier ist klar heiß, dass die Juden aber immer nach sechs Tagen den Sabbat halten. Also nicht nach dem Neumond berechnen, sondern nach der Tageszählung. Einen gewichtigen Grund dafür bringt die Schöpfungsgeschichte. Dort heißt es, in sechs Tagen sei die Welt geschaffen worden und am siebten Tag habe Gott nach Beendigung des Schöpfungswerkes angefangen, das Schöngeschaffene zu betrachten. Er befahl daher denen, die in diesem Staatswesen leben sollten, wie in anderen Dingen, so auch hierin Gott zu folgen, also sechs Tage lang sich der Geschäften zuzuwenden, am siebten aber zu ruhen, sich mit Philosophie und mit Prachtbetrachtung der Dinge der Natur zu beschäftigen, insbesondere auch sich zu prüfen, ob sie nicht an den vorangegangenen Tagen Unlauteres getan, und sich selbst Rechenschaft zu geben von dem, was sie gesprochen und getan, von dem Richterstuhl der Seele, wobei das Gesetz mitzuwirken und mitzuprüfen hätte, um das, was verfehlt worden, wieder gut zu machen und neue Verfehlungen zu verhüten. Ja, sehr interessanter Gedanke, auch hier natürlich klingt das so, wie als würde weltweit doch alle Regierungen der Welt den Sabbat lieber einhalten sollten, am siebten Tag, wie gesagt, die Sabbatgebote zu befolgen. Nun hat Gott zur Vollendung der Welt nur einmal sechs Tage gebraucht, wie wohl er eigentlich einen Zeitraum dazu nicht bedurfte. Das stimmt, aber er will den Menschen ja damit etwas mitgeben, damit sie auch verstehen, was das alles bedeutet. Mal gucken, ob hier der Philo auch selbst darauf kommt. Nämlich wieder mit dem Bei Gott ist ein Tag wie tausend Jahre und die Zeitgeschichte, wie lang existiert die Menschheit auf dieser Erde und so weiter. Damit hat es auch zu tun, warum Gott jetzt diese sechs Tage oder sieben Tage dort wählte. Der Mensch dagegen, der ja von sterblicher Natur ist und so vieler Dinge bedarf zur Befriedigung der Notdorf des Lebens, darf bis an sein Lebensende zu keiner Zeit säumen, sich das Notwendige zum Leben zu verschaffen. Er muss aber auch an den heiligen Sabbaten ausruhen. Ist das nun nicht eine treffliche und zu jeder Tugend und ganz besondere zur Frömmigkeit anzutreiben geeignete Lehre? Denn er, der Gesetzgeber, sagt damit, Folge stets Gott, er sei dir ein gutes Vorbild dafür, dass du dir eine Zeit bestimmst zu Geschäften, einen Zeitraum von sechs Tagen, in welchem Gott die Welt erschuf und Vorbild dafür, dass du auch philosophieren sollst, sei dir jener siebte Tag, an dem er, wie es heißt, überschaute, was er geschaffen, auf das auch du die Werke der Natur betrachtest und dein eigenes Streben, das auf Glückseligkeit hinzielt. Solches Urbild der beiden besten Lebensrichtungen, der praktischen wie der theoretischen, wollen wir nicht unbeachtet lassen, sondern alle Zeit darauf blicken und seine klaren Abbilder und Formen in unserem Geiste einbringen. Da wir so unsere sterbliche Natur so weit als möglich der unsterblichen ähnlichen Machen im Reden und Tun dessen, was man soll. Wie es aber zu verstehen ist, dass die Welt in sechs Tagen von Gott geschaffen wurde, der doch der Zeit zu seinem Wirken gar nichts bedarf. Das ist an anderer Stelle allegorisch erklärt worden. Kapitel 21 Der Vorrang aber, den die Siebenzahlen in der Natur hat, erklären die Mathematiker, die sie sehr genau und sorgfältig erforscht haben. Sie ist nämlich, sagen sie, die Jungfrau unter den Zahlen. Das mutterlose Wesen nahe Verwandt der Eins und dem Urgrund aller Dinge in dem Pythagorischen Zahlensystem ist die Eins als der Anfang aller Zahlen auch der Anfang und das erste Prinzip aller Dinge. Die Idee der Planeten wie die Eins die Idee der Fixsternhimmels ist, denn aus der Eins und der Sieben ist der unkörperliche Himmel zusammengesetzt, das Urbild des Sichtbaren. Gebildet aber ist der Himmel aus der ungeteilten und der geteilten Natur. Die Ungeteilte erhielt den ersten und obersten Umkreis, den Fixsternkreis, über den die Eins gesetzt ist. Die Geteilte aber, den der Bedeutung und dem Range nach zweiten Kreis, den die Siebenzahl beherrscht und der sechsmal zerlegt, die sogenannten sieben Planeten Wandelsterne hervorbringt. Philo denkt sich, wie Plato die Erde umgeben von zwei Himmelssphären, einer geteilten und einer ungeteilten. Die sechsfach geteilte besteht aus sieben Kreisen, die von Sonne, Mond und den fünf anderen Planeten gebildet werden. Die ungeteilte bildet den äußeren Kreis, den Fixsternhimmel. Die Erde bildet den Mittelpunkt der Welt, um sie drehen sich nach Philo nicht, wie es in Anschein hat, die Gestirne selbst, sondern Kreise. Aber nicht, weil einer der Körper am Himmel umherhört, die doch göttliche und glückselige Natur erhalten haben und denen viel mehr Umwandelbarkeit eigen ist. Wenigstens machen sie ewig den gleichen Bewegungen und unterliegen keinen Wandlungen oder Veränderungen. Sondern weil sie eine der ungeteilten am äußersten Ende befindlichen Sphäre entgegengesetzte Bewegungen haben, wohnen sie uneigentlich Planeten genannt von ungebildeten Menschen, die ihr eigenes Irren auf die Himmelskörper übertrugen, die ihre Stellung in dem göttlichen Heereslager niemals verlassen. Aus diesen und anderen Gründen mehr ist die Sieben so sehr geehrt, aus keinem Grunde aber erhielt sie einen solchen Vorzug, als wie in der Schöpfung und Vater des Waldals sich am meisten kundtut. Gleichsam, wie durch einen Spiegel sieht der Geist durch sie Gott in seinem Wirken in seiner Welt schaffenden und welterhaltenen Tätigkeit. Kapitel 22 Nach den Bestimmungen betrefflich den Sabbat verkündigt er das fünfte Gebot über die Ehrfurcht vor den Eltern, dem er seine Stelle auf der Grenze zwischen den beiden Abteilungen von je fünf Geboten gegeben hat. Es ist nämlich das letzte der ersten Abteilungen, in der die heiligsten Pflichten gegen Gott geboten werden und schließt sich zugleich an die zweite Abteilung an, die die Pflichten gegen Menschen umfasst. Der Grund, meine ich, ist folgender. Die Natur der Eltern steht gleichsam auf der Grenze zwischen unsterblichen und sterblichen Wesen, sterblichen wegen der Verwandtschaft in leiblicher Vergänglichkeit mit Menschen und anderen lebenden Geschöpfen und sterblichen wegen der Ähnlichkeit im Erzeugen mit Gott, dem Erzeuger des Alls. Es haben nun manche sich ganz dem einen Teil der Gebote zugewandt und den anderen ganz vernachlässigen zu dürfen gemeint. Erfüllt von der reinsten Liebe zur Frömmigkeit haben sie allen anderen Geschäften in den Rücken gekehrt und ihr eigenes Leben ganz dem Dienste Gottes geweiht. Andere widerhalten nichts anderes für gut als sie Pflichten gegen Menschen und lieben deshalb allein den Umgang mit Menschen. Sie lassen in ihrem Verlangen nach inniger Gemeinschaft alle Menschen in gleicher Weise ihre Güte mitgenießen und suchen ihnen ihrer Not nach Kräften Erleichterungen zu verschaffen. Diese dürfte man mit Recht Menschenfreunde erstere dagegen Gottesfreunde nennen. Beide aber besitzen nur die halbe Tugend denn vollkommen sind nur die die sich nach beiden Richtungen auszeichnen. Ja das ist natürlich so ja natürlich die zehn Gebote sind ja der Maßstab so glaube ich ist auch der Grundmaßstab und da wird halt die Liebe zu Gott die vier ersten Gebote auch der Sabbat also die Liebe zu dem wahren Gott nicht zu heidnischen Göttern und ausgedachten Göttern der irgendwelchen Philosophen oder Kirchenväter oder irregegangenen Christen oder Juden ja völlig unabhängig davon ja und die anderen Gebote die anderen sechs betreffen natürlich die Mitmenschen und klar wird man sagen es gibt Menschen die nehmen Gott außen vor ja die kümmern sich nur um die Menschen und da gibt es auch die die sich nur um Gott kümmern aber nicht um die Menschen und beide haben hier sozusagen nur einen Teil des Ganzen erfüllt aber Gott sagt erfülle alles die aber die weder in ihren Beziehungen zu den Menschen sich bewahren dadurch dass sie sich mitfreuen am gemeinsamen Glück und Leid mitfühlen bei dem Gegenteil noch auch fromme Gesinnung gegen Gott bekunden diese könnten fast in Tiernatur verwandelt erscheinen eine Verwilderung der Sitten die sich am schlimmsten bei denen zeigt die keine Rücksicht gegen Eltern kennen die sich also nach beiden Sitten feindlich gesinnt zeigen gegen Gott und gegen die Menschen ja die sind auch nicht gut im Neuen Testament weggekommen Kapitel 23 vor zwei Richterstühlen also die es allein auf Erden gibt werden sie das sollen sie wohl wissen schuldig gefunden schuldig der Gottlosigkeit in dem göttlichen Gericht da sie die welche sie aus dem Nichtsein ins Seins hinübergeführt und solcherweise Gott nachgeahmt haben nicht ehren und schuldig der Feindschaft gegen die Menschen in dem Menschengericht denn wem werden denn sonst noch die Wohltun die nächsten Verwandten missachten die ihnen die größten Geschenke dargereicht haben Geschenke zum Teil so groß daß sie gar nicht vergolten werden können der bei Philo öfter wiederkehrende Gedanke daß die Kinder nicht imstande sind die Eltern die empfangenen Wohltaten wohl zu vergelten findet sich beispielsweise auch bei Aristoteles auch Isosirach begründet seine Mahnung Vater und Mutter zu Ehren mit den Worten seit dessen ein Gedenk dass du durch beide entstanden bist und wie könntest du ihnen zurückgeben so wie sie dir gegeben klar Neuen Testament wird das ja auch angegeben bezüglich dass man das den Eltern zurückgeben soll was sie einem selber gegeben haben denn sie vermöchte einer der Leben empfangen hat seinen erzeugenden Leben wiederzugeben da die Natur der Eltern damit eine besondere Gabe den Kindern gegenüber verliehen hat für die es kein Widerstatten gibt darum darf man auch im höchsten gerade empört sein wenn Kinder die doch nicht alles wiedererstatten können nicht das geringste von Liebe ihren Eltern erweisen wollen solchen hätte ich wie sich's gebührt zu sagen Tiere müssen gegen Menschen zahm gemacht werden oft schon sah ich Löwen Bären Panther zahm nicht nur gegen die die sie füttern zum Dank für die unentbehrliche Nahrung sondern auch gegen andere ich meine wegen der Ähnlichkeit mit jenen denn immer ist es gut daß die niedere Gattung der höheren gehorche weil das Hoffnung gibt auf Verbesserung der Art nun aber werde ich gezwungen sein im Gegenteil zu sagen im Menschen ahmt doch das Beispiel einiger Tiere nach diese wissen und haben gelernt ihren Wohltätern Gegendienste zu erweisen Haushunde verteidigen ihre Herren und lassen sich für sie töten wenn plötzlich eine Gefahr eintritt vollends von den Hunden die bei den Herden verwendet werden erzählt man daß sie bei der Verteidigung der Tiere ausharren bis zum Siege oder bis zum Tode um die Herden Führer vor Schaden zu bewahren ist es nun nicht die allergrößte Schande wenn der Mensch sich in Erwiderung von Wohltaten vom Hunde übertreffen lässt das edelste Geschöpf vom frechsten der Tiere wollen wir uns aber nicht von den Landtieren belehren lassen so mögen wir uns zu der Lüfte durchsegelnden Vogelwelt wenden um von ihr zu lernen was wir sollen bei den Störchen bleiben die Alten im Nest wenn sie nicht mehr fliegen können und ihre Jungen fliegen beinahe über Land und Meer und bringen von allen Seiten den Eltern die Nahrung die Fürsorge der Jungen Störche für die Alten war bei den Griechen sprichwörtlich Es gab dafür charakteristische Wort Anti das weiß kann ich nicht lesen Für Wohltaten dankbar sein wie ein Storch Wiedervergeltung wie so heißt das hier So genießen die einen wie es ihrem Alter zukommt in Ruhe was sie brauchen und haben immer Überfluss daran während die anderen die Mühe der Beschaffung des Futters leicht nehmen und aus Pietät und in der Erwartung dass sie im Alter das gleiche von ihrer Brut erhalten werden nur eine notwendige Schuld zurückzahlen zur rechten Zeit haben sie sie empfangen und erstatten sie sie zurück zu der Zeit nämlich wo beide sich nicht selbst ernähren können die jungen am Anfang bald nach ihrer Geburt die Eltern am Ende ihres Lebens darum folgen sie von selbst der Natur als Lehrmeisterin und ernähren die Eltern gern nachdem sie selbst als Junge von ihren gefüttert worden sind müssten nun nicht Menschen die der Sorgen um die Eltern sich entschlagen um solcher Beispiele willen ihr Haupt verhüllen und sich selbst Vorwürfe machen dass sie die vernachlässigen für die sie allein doch oder doch von allem zu sorgen hätten zumal sie dabei nicht sowohl geben als vielmehr zurückgeben denn nichts gehört den Kindern was sie nicht von den Eltern haben derselbe Gedanke bei sei es dass sie es ihnen von Hause aus gegeben oder dass sie ihnen die Möglichkeit es zu erwärmen verschafft haben hätten nun solche noch Gottes Furcht und Frömmigkeit diese obersten Tungen in der Seele nein sie haben sie verbannt und verjagt denn nur Diener Gottes sind für die Kinder Erzeugung die Eltern wer aber den Diener missachtet missachtet damit auch den Herrn manche aber gehen sogar noch weiter in die Verherrlichung des Eltern Namens und sagen dass Vater und Mutter sichtbare Götter sind die Vergleichung der Eltern mit den Göttern insofern das Verhältnis der Eltern zu den Kindern als ähnlich dem Verhältnis der Gottheit zur Welt bezeichnet wird ist in der griechischen Philosophie allgemein die Bezeichnung der Eltern als Götter zweiten Ranges oder als sichtbare oder irdische Götter ist spezielle Ausdrucksweise der Stoischen Popular Philosophie weil sie den unerschaffenen nachahmen im Erzeugen von lebenden Wesen nur dass jener Gott der Welt ist dieser aber bloß die Götter derer sind die sie erzeugt haben unmöglich aber ist es dass die Ehrfurcht haben vor dem Unsichtbaren die denen die Ehrfurcht versagen die sichtbar und ihnen nah sind ja Gebot hier ne fünfte Gebot Ehre Mutter und Vater wobei natürlich da auch wieder Unterschiede sind bezüglich wahrscheinlich der Betrachtungsweisen Judentum Heidentum Christentum was ist mit satanistischen Eltern was ist mit nichtchristen Eltern was ist mit sündigen Eltern und so weiter da gibt es natürlich Meinungsverschiedenheiten sicherlich auch im Judentum daher sind das hier erstmal alles allgemeine Aussagen Kapitel 24 mit diesem Gebot über die Ehrfurcht gegen Eltern schließt er die eine Reihe von fünf Geboten die sich mehr auf die Gottheit bezieht die andere Reihe die der Verbote betreffend die Beziehung zu den Menschen umfasst beginnt der Gesetzgeber mit dem Verbot des Ehebruchs im Dekalog der Septor Ginter der Philo folgt bildet abweichend vom hebräischen Urtext das Verbot des Ehebruchs das sechste Gebot und das Verbot der Tötung das siebte Gebot da gibt es Unterschiede ob bei dieser Umstellung die Rücksicht auf ägyptische Verhältnisse mitgewirkt hat ist zweifelhaft weil er der Ansicht ist dass dieser der größte der Verbrechen ist denn erstlich hat er zur Quelle die Wollust die dem von ihren ergriffenen Körpern aufreibt die Spannkraft der Seele löst und das Vermögen zerrüttet nach Art eines nicht zu löchenden Feuers verzehrt sie alles was sie erfasst und lässt nichts unversehrt von allem was zum menschlichen Leben gehört sodann veranlasst er den Ehebrecher nicht bloß allein zu sündigen sondern auch andere zu Sünde mit zu verleiten um eine Gemeinschaft einzugehen wo es keine Gemeinschaft geben sollte denn sobald einer von heftiger Leidenschaft ergriffen ist kann unmöglich die Begierde durch einen allein befriedigt werden es müssen durchaus zwei von denen der eine die Rolle des Lehrers der andere die des Jüngers übernimmt zur Befriedigung zugelöser Wolllust dieses häßlichsten Lasters sich verbinden denn nicht einmal das lässt sich sagen daß nur der Leib des Ehebruchs begehenden Weibes geschändet wird sondern wenn man die Wahrheit sagen soll wird die beiderweise belehrt wird sich von dem Ehemanne abzuwenden ja ihn zu hassen und die Sache wäre weniger schlimm wenn der Hass sich offenkundig zeigte denn vor der sichtbaren Gefahr vermag man sich leichter zu schützen nun aber ist schwer zu bemerken und schwer zu fassen da er mit bübischen Künsten verheimlicht wird manchmal gar noch im Gegenteil den schein zärtlicher Zuneigung mit mancherlei Täuschung und Betrug zu erwecken sucht ferner zerstört der Ehebruch drei Häuser daher das Familienglück dreier Häuser das des treulosen behandelten Mannes dem die Ehegelöbnisse verletzt und die Hoffnungen auf rechtmäßige Nachkommenschaft zunichte gemacht werden und zwar und zwei andere das des Ehebrechers und das des Weibes denn auch über diese beiden wird Schimpf und Schande und die größte Schmach gebracht ist vollends die Verwandtschaft in Folge von Heiraten und vielseitigen Verbindungen sehr zahlreich so wird der Frevel gleichsam im Kreise herumgehend gar die ganze Stadt berühren sehr schlimm ist dann auch die zweifelhafte Stellung der Kinder denn wenn die Frau nicht ihre Ehre wahrt ist es zweifelhaft und unklar wer in Wahrheit der Vater der Sprösslinge ist wenn dann ein fremdes Geschlecht und werden noch ein vermeintlich väterliches Erbe das ihnen aber in keiner Weise zukommt empfangen und der Ehebrecher wenn er in frevelhafter Weise seiner Leidenschaften gefrönt und seine Gelüste befriedigt hat geht dann davon und verlässt die Kinder die er in Sünde erzeugt hat und verlacht noch obendrein die Unkenntnis des betrogenen Mannes dieser aber wird da er wie ein Blinder nichts von dem weiß was sich ihm ins Haus geschlichen die von seinen ärgsten feinen erzeugten Kinder wie die eigenen aufziehen und genötigt sein wird aber die Sache ruchbar so wären die armen Kinder die doch nichts böses getan haben tief unglücklich da sie keinem Geschlecht zugezählt werden können weder dem des Ehemannes noch dem des Ehebrechers da also ungesetzliche Begattung solches Urteil stiftet ist der Ehebruch dieses Verabscheuungswert und Gottes verhatteste Verbrechen mit Recht als erstes der Vergehen gegen Menschen Dekalog verzeichnet worden ja Ehebruch ist natürlich nichts Gutes weder gegen Gott noch gegen seinen Ehepartner ja und das löst natürlich viel Leid aus davon ist hier schon einiges berichtet worden und Gott wenn der Ehebruch nicht von den Menschen aufgeklärt und aufgedeckt wird dann wird sich Gott diesen ermächtigen so heißt es Gott wird den Ehebrecher oder die Ehebrecherin eines Tages richten Kapitel 25 das zweite Gebot ist nicht töten das heißt eigentlich nicht morden denn da die Natur die Natur hier nach stoischer Terminologie für Gott den Menschen das sanftste Geschäft als ein geselliges und das zusammen sein liebendes Wesen geschaffen fordert sie ihn zur Eintracht und Brüderlichkeit auf und verlieh ihm die Vernunft die ihn zur harmonischer Bildung des Charakters führen sollte wer also einen Menschen tötet oder ermordet soll wissen dass er die Gesetze und Ordnungen der Natur umstößt die in trefflichster Weise und zum Nutzen für alle gegeben sind er soll aber auch wissen dass er sich des Tempelraubes schuldig macht weil er das heiligste Besitztum Gottes geplündert hat laut Midrash so und so gut dazu hat ja auch das Neue Testament was Akiva sagt also einer der Gelehrten dort wer Menschenblut vergießt hat gewissermaßen die Ebenbildlichkeit Gottes verkürzt denn welches Weihgeschenk wäre achtbarer und heiliger als der Mensch Gold Silber kostbare Steine und alle anderen wertvollen Stoffe sind doch nur seelenloser Schmuck seelenloser Bauwerke der Mensch dagegen wegen des besseren Teils in ihm wegen der Seele das edelste Geschöpf ist dem reinsten Teile der bestehenden Welt dem Himmel ja wie die meisten sagen sogar dem Vater der Welt am Verwandtesten da er von allen Geschöpfen auf Erden das einste Abbild ewigen glückseligsten Idee in seiner Vernunft empfing ja Kapitel 26 das dritte Gebot der zweiten Reihe ist nicht stehlen denn wer einer fremden Gute verlangt ist ein gemeinsamer Feind des Staates der ginge es nach seinem Willen das Eigentum alle an sich reißen würde und nur weil seine Macht bloß so weit reicht daß einiger wenigen raubt in dem die Habsucht bei ihm sich zwar weit erstreckt das Können aber hinter dem Wollen zurück bleibt und da er sich beschränken muß und nur einige wenige treffen kann die Diebe aber die eine gewisse Macht erlangt haben plündern ganze Städte aus und kümmern sich nicht um die Strafen weil sie mächtiger zu sein glauben als die Gesetze das sind die von Natur Oligarchen Oligarchisch Gesinnten die nach Herrschaft und Gewalt streben die die Diebstähle im Großen ausführen und mit den vornehmen Namen der Obrigkeit und der Regierung den Raub was es in Wahrheit ist bemänteln von früher Jugend auf lerne darum jeder daß man nichts von fremden und wäre es das geringste weil Gewohnheit wenn sie entwurzelt stärker ist als Natur und das Kleine wenn ihm nicht gewährt wird zur bedeutenden Größe sich auswächst und immer weiter sich ausdehnt 27 Auf das Verbot des Diebstahls lässt Moses das des falschen Zeugnisses folgen weil er weiß daß die falschen Zeugen große und schwere Schuld auf sich laden denn erstens zerstören sie die hehre Wahrheit die doch das heiligste der Besitztümer im Leben ist indem sie gleich der Sonne Licht um die Dinge verbreitet damit nichts daran dunkel bleibe zweitens abgesehen davon daß sie die Unwahrheit sagen hüllen sie den Sachverhalt wie in tiefe Nacht und Finsternis leisten Beihilfe den Übeltätern und schädigen die denen Unrecht geschehen ist indem sie versichern genau ist als die beiden Ersten fehlt es nämlich an Beweisen sei es mündlichen oder schriftlichen dann nehmen die Prozessführenden zu Zeugen ihre Zuflucht deren Aussage dann für die Richter eine Richtschnur ist in der Sache über die sie ihren Spruch fällen sollen muss man sich doch an diese allein halten wenn anderes zum Beweis nicht da ist das hat dann die Folge dass die gegen welche Zeugnis abgelegt wird Unrecht leiden müssen während sie sonst wohl den Prozess hätten gewinnen können die Richter aber die auf solche Zeugen hören einen ungerechten und gesetzeswidrigen Spruch statt eines gesetzesmäßigen und gerechten fällen das Verbrechen wird aber auch zu einem religiösen Frevel der nicht ohne vorher geschworen zu haben pflegt der Richter Recht zu sprechen sondern nur nach Ableistung eines schrecklichen Eidschwurs diesen verletzen die falschen Zeugen die die Täuschung verüben mehr als die getäuschten Richter denn bei diesen ist der Fehlspruch nicht beabsichtigt jene aber hintergehen wissentlich sie sündigen selber mit vor bedacht und veranlassen die Richter die das Urteil zu fällen haben ohne dass sie wissen was sie tun an ihrem Verbrechen teilzunehmen zum Schaden solcher die keine ja natürlich im Gerichtsprozess da wiegt es dann am schlimmsten ja wenn da in der Bibel in den Geschichten ist ja voll davon wo Leute falsche Zeugnisse gegen Jesus oder gegen irgendeinen Ackerbesitzer oder sonst irgendwen in der Bibel hernehmen nur damit irgendeine andere ja sich deren ja Macht oder Eigentum bemächtigen kann und ja zwei Zeugen sagt die Bibel zwei oder drei Zeugen die Aussagen und wenn da nichts widersprüchliches gefunden wurde dann darf der Richter entscheiden nach den Aussagen der zwei Zeugen und die zwei Zeugen gelogen haben und man kommt auch nicht dahinter dass sie gelogen haben dann wird der letzte große Tag sie dafür richten spätestens und die ungerechten die gerechten die unrechtmäßiger weise getötet wurden oder eine Strafe ausgesprochen außerhalb des Todes wurde die werden das in einer gewissen Weise als Segen wieder zurück bekommen in diesem oder im nächsten Leben wenn sie dazu unrecht gelitten haben tja also letztendlich wie es so schön heißt kommt alles ans Tageslicht sowohl die Unrechtstaten als auch die ja die Taten oder anders gesagt die Dinge die dann hervorkommen aus nicht rechtmäßigen Unrechtstaten an Menschen Kapitel 28 zuletzt gebietet er fremdes Gut zu begehren in der Erkenntnis dass die Böse ne verbietet er fremdes Gut zu begehren in der Erkenntnis dass die Böse Begierde zur Neuerung Sucht führt und Schaden anrichtet wohl sind alle Leidenschaften der Seele von übel sie versetzen sie in unnatürliche Bewegungen und Unruhen lassen sie nicht gesund nach der Stoischen Lehre verursachen die Effekte Lust Schmerz Furcht und Begierde eine Störung und Krankheit der Seele darum sind sie wieder nicht oder warum zu lesen na gut jede andere Leidenschaft die von außen wie durch eine Tür hereinkommt und uns überfällt scheint unfreiwillig zu sein nur die Begierde geht von uns selbst aus und ist also freiwillig wie ist das zu verstehen die Vorstellung von einem vorhandenen und dafür gehaltenen Glücke weckt und erregt die sonst ruhige Seele und richtet sie hoch auf ebenso wie ein auflammendes Licht die Augen man nennt diese Empfindung der Seele Lust nach der Definition der Stoiker ist die Lust eine unvernünftige Hebung der Seele okay Zitat wenn aber das Gegenteil des Glücks das Unglück plötzlich hereinbricht ist zu lesen das ist jetzt hier auch wieder ja schreib und die Seele einen harten Schlag versetzt erfüllt sie es gleich wieder ihren Willen mit Sorge und Herz wenn aber das Unglück noch nicht eingetroffen ist und noch nicht drückt aber zu kommen droht und sich bereits angekündigt hat schickt es Unruhen Angst als Unglücksboden voraus die sie in Schrecken versetzen Furcht heißt diese Empfindung wenn dagegen einer den Gedanken an ein Glück gefasst hat das noch nicht da ist und den starken Wunsch hat es zu erlangen da treibt er die Seele zu weit entfernten Zielen an und in einem heftigen Verlangen das ersehnte Glück zu fassen wird er wie auf die Folter gespannt weil es eifrig bemüht ist es zu ergreifen und doch nicht im Stande es zu erreichen und so etwa dasselbe erfährt wie die welche die zurück weichenden wohl mit unüberwindlichen Eifer aber nicht mit zureichender Schnelligkeit verfolgen Etwas ähnliches scheint auch bei den sinnlichen Wahrnehmungen stattzufinden Oft wenn die Augen einen sichtbaren Gegenstand der sehr weit entfernt ist gern wahrnehmen möchten strengen sich über die Maßen an da sie aber weiter vordringen wollen als ihre Kraft reicht fällt ihr Blick ins Leere und sie bringen sich so um die genaue Wahrnehmung des Gegenstandes und werden umdrein durch die gewaltsame Anspannung beim starren Sehen in ihrer Sehkraft geschwächt und getrübt ebenso wenn ein undeutlicher Ton aus weiter Entfernung kommt richten sich die Ohren gespannt dahin und verlangen möglichst nahe heranzukommen damit der Ton im Gehör vernehmlicher werde dieser aber dringt natürlich nur schwach ins Ohr und will sich noch immer nicht deutlich erkennen lassen die Folge davon ist dass das unbefriedigte und erfolglose Verlangen den Ton zu verstehen nun noch größer wird und die Begierde Tantalus Qualen verursacht so oft diese nämlich etwas greifen wollte wonach er verlangte tat er einen Fehlgriff ebenso wird jeder der von einer Begierde beherrscht wird und stets nach Dingen dürstet die nicht da sind niemals Befriedigung finden und immer in eitlem Verlangen sich winden und wie die schleichenden Krankheiten wenn ihre Ausbreitung nicht durch schneiden oder brennen aufgehalten wird schnell den Körper in seinem ganzen Umfang erfassen und nichts heil an ihm lassen so wird sich auch wenn nicht die durch Philosophie gestärkte Vernunft gleich einem guten Arzt die Begierde in ihrem Laufe hemmt alles im Leben notwendig entgegensetzt dem natürlichen Verlauf bewegen denn es gibt nichts was von dieser Leidenschaft verschont bleibt und ihr über alles und jedes und richtet überall Schaden an es ist vielleicht töricht lange zu reden von Dingen so lesen wir noch mal wegen einer Unterbrechung ab hier und wie die schleichenden Krankheiten wenn ihre Ausbreitung nicht durch Schneiden oder Brennen aufgehalten wird schnell den Körper in seinem ganzen Umfang erfassen und nichts heil an ihm lassen so wird sich auch wenn nicht die durch Philosophie gestärkte Vernunft gleich einem guten Arzt die Begierde in ihrem Laufe hemmt alles im Leben Notwendige entgegengesetzt dem natürlichen Verlaufe bewegen denn es gibt nichts was von dieser Leidenschaft verschont bleibt und ihr entgeht denn sobald sie einmal die volle Macht über einen hat verbreitet sie über alles und jedes und richtet überall Schaden an es ist vielleicht töricht lange zu reden von Dingen die so offenkundig sind denn wo gibt es eine Person oder eine Gesamtheit die diese Dinge nicht kennt da sie nicht nur jeden Tag sondern sozusagen jede Stunde deutliche Beweise von sich geben sind etwa Geldgier oder Verlangen nach einem Weibe oder nach Ruhm oder nach irgendeinem anderen Gegenstande der Vergnügen macht die Ursache nur kleiner und gewöhnlicher Übel werden nicht dadurch Verwandte erzürnt sodass ihre natürliche Zuneigung zueinander sich in unheilbare Feindschaft verwandelt werden nicht große und voll volkreiche Länder in Folge davon durch innere Unruhen entvölkert sind nicht Land und Meer voll von stets sich erneuernden Leiden durch die Verheerung die See und Land Heere anrichten die tragischen Kämpfe der Hellenen und Barbaren die sie unter sich und gegeneinander geführt haben sind doch alle aus der einen Quelle geflossen der Begierde nach Schätzen nach Ruhm und Sinneslust denn auf diese Dinge ist die Sorge des Menschen Geschlechtes gerichtet Kapitel 29 doch genug davon man muss aber auch wissen dass die zehn Gottesworte den Haupt in Begriff der Einzelgesetze bilden die an verschiedenen Stellen der Gesamtgesetzgebung der Heiligen Schrift verzeichnet sind so begreift das erste Gebot alle die Bestimmungen über die Alleinherrschaft Gottes in sich diese erklären dass einer der Urgrund der Welt ist einer der Herr und König der das All zu seinem Heil lenkt und regiert der die Herrschaft einigen wenigen oder die Herrschaft des Volkshaufens schädliche Regierungsformen wie sie bei den schlechtesten Menschen aus der Unordnung oder Anmaßung entstehen aus dem reinsten Teile der Welt seinem Himmel verbannt hat ja sehr interessant diese Aussage hier die getroffen wird so begreift das erste Gebot alle die Bestimmungen über die Alleinherrschaft Gottes in sich diese erklären dass einer der Urgrund der Welt ist einer der Herr und König der das All zu seinem Heile lenkt und regiert der die Herrschaft einigen wenigen oder die Herrschaft des Volkshaufens schädliche Regierungsformen wie sie bei den schlechtesten Menschen aus der Unordnung oder Anmaßung entstehen ja also hier könnte man sagen also die Demokratie in Deutschland das Rechtssystem das wir hier oder in einigen Ländern oder in vielen Ländern der Welt heute darbieten sind letztendlich laut dem Verfasser hier ja die schädliche eine schädliche Regierungsform durch durch Unordnung und Anmaßung ist sie entstanden da würde ich erst mal sagen theoretisch ist das möglich die Demokratie an sich ist an sich ja nur ein geringeres Übel das man wählen kann das ist immer noch besser wahrscheinlich als Anarchie aber ob eine Monarchie zum Beispiel nicht besser wäre naja gut kommt immer drauf an wer da regiert am Ende naja hat alles seine Vor- und Nachteile aber wir wissen bei Gott ist auch keine Demokratie vorhanden ja sondern Gott entscheidet alles nach dem Gesetz dennoch gibt er gewissen Ämtern und Posten ich sag mal auch sich ein Ratschluss von Entscheidungsträgern so etwas gibt es schon in der Bibel auch unter Gott aber generell wird das Thema hier in dieser Weise dass der Volkshaufen also alle Menschen die regieren dürfen nicht gerade den Vorzug gibt hier laut dem Text nun gut das zweite Gebot ist die Grundlage für alle Gesetzesbestimmungen über Götterbilde von Menschenhand in dem es Bild sollen von Stein Holz und überhaupt Bildwerke wie die Malerei und Bilderkunst diese schädlichen Künste schaffen nicht herzustellen erlaubt auch allen Mythendichtungen wie denen von Götter Geburten und den damit zusammenhängenden argen Geulen ohne Zahl keinen Eingang verstattet unter das dritte Gebot fallen alle Bestimmungen über die Nicht Schwören sowie darüber wegen welcher Dinge und wann und wo zu schwören ist ferner wer schwören soll und wie man an Seele und Leib dazu beschaffen sein muss und was sonst noch über rechtes schwören und das Gegenteil von Gott verordnet ist ja gut geht nicht nur um schwören im dritten Gebot den Namen es brauchen kann man auf andere Weise auch ja nicht nur im Bereich des Schwören so Kapitel 30 das vierte Gebot das vom siebten Tag ist überhaupt als das Grundgesetz der Feste anzusehen mit den für ein jedes vorgeschriebene Wein den angemessenen Sprengungen den Gebeten die auf Erhöhung rechnen dürfen und den fehlerlosen Opfern mit welchen der Dienst verrichtet wurde unter der sieben verstehen sich aber ebenso wohl die mit der sechs der schöpferigsten Zahl verbundenen Zahl wie die ohne die sechs diese steht vor der sechs daher die sieben also für sich alleinstehende Zahl übertrifft an Bedeutung die sechs und ist der eins ähnlich und einer der beiden Zahlen eins und sieben weist Mose die Feste zu der eins dem bedeutendsten geheiligten Neumondtag den des siebten Monats den man im Trompetenschall verkündet und den Tag des Fastens dem Versöhnungstag an welchen Enthaltung von Speise und Trank geboten ist ferner den Tag den die Hebräern ihrer väterlichen Sprache Passa nennen an welchen das ganze Volk zwar jeder für sich das Opfer selbst darbringt ohne auf des Priesters warten da das Gesetz ausnahmsweise für einen Tag in jedem Jahr dem ganzen Volk das Priesteramt eingeräumt hat zur Selbstbesorgung der Opfer ferner den Tag an welchen eine Gabe reifer Ehren dargebracht wird als Dankopfer für Fruchtbarkeit und reichen Ertrag des Feldes an reifenden Ehren endlich den von diesem Tag ab nach Ablauf von sieben Wochen gezählten fünfzigsten Tag an welchen es Sitte ist Brot dazu bringen die richtige Erstlingsbrote genannt werden da sie Erstlinge der Erdfrüchte sind die die edle Nahrung geben wie sie Gott dem Menschen als dem edelsten Geschöpfe zugeteilt hat die eins und die sieben die eins klar ist am ersten Tag des Neumond Tages oder halt auch des siebten Monats der erste Tag besonders das Posaunfest Trompetenschall wird aber glaube ich auch verkündet zu jedem Monatsanfang wobei da müsste man gucken was hier im Griechischen steht weil in die Trompeten soll man auch am Monatsanfang stoßen nicht nur am siebten Monat am Anfang so Tag des Fastens ist der zehnte Tag des siebten Monats das ist die 1 mit drin interessant hier die Erwähnung dass dort Enthaltung von Speise und Trank geboten ist also im ersten Jahrhundert hat man das schon zumindest hier so in Betracht gezogen dass dieses jeder soll sich demütigen dass das auf Speise und Trank ausgedehnt ist zumindest mindestens ja natürlich haben wir im Talmud noch weitere Dinge die man nicht tun darf außer nicht essen und nicht trinken aber hier haben wir mal was von einem hellenistischen Juden der auch zu jener Zeit das schon kannte so dann kommt Passa der 14. Tag gut da ist auch eine 1 mit drin da darf das ganze Volk selber opfern das ist ein spezielles Gebiet kann man sich auch mal mit befassen machen wir heute nicht so dann kommt hier nochmal der Tag die gabereife Ehre dargebracht wird der Tag der Erstlinge würde natürlich immer auch auf einen Tag Fallen wo eine 1 vor zu finden ist oder eine Anspielung auf den ersten Tag der Woche vielleicht sogar weil ja genau müsste ein ja jetzt so man sich das so durchgehen lässt also je nachdem kommt natürlich auf die Auslegung darauf an Tag der Erstlinge ist ja entweder laut Judentum am 16. Tag des Monats da ist natürlich eine 1 mit drin in dieser Zahl wenn man darauf Bezug nehmen möchte aber wenn man ihn nach den wöchentlichen Sabbat zählt dann ist es der erste Tag der Woche das würde auch Sinn machen aber wenn man den Tag der Erstlinge zählen würde nach jeglichen Wochensabbat in der Festzeit dann käme man auch in den 20er Bereichen da würde es problematisch werden weil zum Beispiel der 20. Tag da könnte theoretisch auch der Tag der Erstlinge sein würde in den Datum keine 1 mehr drin vorkommen und auch keine 7 daher könnte man davon ausgehen dass zumindest hier vielleicht der Bezug genommen wird entweder was hier nicht klar dargelegt wird der erste Tag nach dem 15 also der 16 Tag ist Tag der Erstlinge oder aber hier schon klar und deutlich bezeugt wird es geht hier um den ersten Wochentag an dem die Gabe dargebracht wird also immer an einem Sonntag würde man heute sagen und da haben wir eine Eins mit drin der erste Tag der Woche aber das wird hier aus dem Text nicht klar und deutlich hervorgehen so endlich den von diesem Tage ab den nach dem Ablauf von sieben Wochen gezählten 50. Tag welchen ist das Brot dazu bringen genau das hatten wir nicht gesagt welchen genau der sieben dagegen wies er die größeren mehrere Tage dauernden Feste zu die in die Tag- und Nachtgleichen des Jahres fallen die in die Tag- und Nachtgleichen des Jahres fallen ja da kann man nichts gegen sagen in die des Frühlings und die des Herbstes und zwar wie er diesen zwei Feste zu jedes sieben Tage währende das eine Fest im Frühling beim Reifen der Saaten das andere im Herbst zur Zeit der Einsammlung aller Früchte die auch die Bäume getragen haben passend sind sieben Tage entsprechend den sieben Monaten zwischen den beiden Tag- und Nachtgleichen festgesetzt worden damit so jeder Monat als außerordentliches Geschenk einen heiligen Festtag erhalte zur fröhlichen Genusse des Friedens es gehören aber zum vierten Gebot auch noch andere vortreffliche Gesetze die zu milder und brüderlicher Gesinnung zu bescheidenem und billig gedenkenden Wesen anleiten von dieser Art sind die Bestimmungen über das sogenannte Sabbatjahr in welchen geboten ist das ganze Land brach liegen zu lassen weder zu sehen noch zu pflügen noch auch Bäume auszuputzen oder zu beschneiden oder sonst welche Feldarbeit zu verrichten sind nämlich sechs Jahre durch Ebene und Bergland bearbeitet zur Hervorbringung von Früchten und Entrichtung ihres Jahrestributs so gibt ihnen dann das Gesetz eine Ruhezeit um sich zu erholen und frei zu sein überlässt es der Natur von selbst etwas hervor zu bringen andere Bestimmungen handeln über das jubeljahr in welchen das eben gesagte gleichfalls geschieht außerdem aber auch und das ist das wesentliche die Rückgabe der Erbgüter an die Familien die sie am Anfang besessen erfolgen muss eine Anordnung voll Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeit so ist es dann kann sich sicherlich jeder Gesetzgeber in der Welt noch eine Scheibe abschneiden die Bäume auch nicht das im Text drinsteht der Weinstock aber ob die Bäume da auch drin erwähnt wird bin ich mir gar nicht so sicher ist jetzt hier aber auch nicht ausschlaggebend Kapitel 31 das fünfte Gebot das von der Ehrfurcht gegen Eltern deutet zugleich auf viele wichtige Gesetze hin wie die über Greise und Jünglinge über Herrschende und Untergebene über Wohltäter und Empfänger von Wohltaten über Sklaven und Herren Eltern nämlich gehören zu den höheren Klasse der eben genannten in der die Älteren die Herrschenden die Wohltäter die Herren sich befinden Kinder dagegen in die niedrige Klasse zu die Jüngeren die Untergeben die Empfänger von Wohltaten die Sklaven gehören jene Gesetze enthalten aber mancherlei Bestimmungen wie die Jüngeren das Alter zu ehren die Älteren für die Jugend zu sorgen Untergebene der Obrigkeit zu gehorchen haben die Regierenden auf das Wohl der Regierten bedacht sein sollen ferner dass die Empfänger von Wohltaten diese auch vergelten die Geschenkgeber aber ihre Geschenke nicht zurückfordern sollen wie wenn sie nun geliehen hätten und dass Diener ihren Herren mit Liebe dienen Herren aber ihre Diener milde und freundlich behandeln sollen wodurch die Ungleichheit des Standes ausgeglichen wird ja das muss schon da sein sehr gute gewählte Worte finden wir auch im Neuen Testament wieder Kapitel 32 damit endet die erste Reihe der Hauptgebote mit ihrem allgemeinen Charakter wozu eine nicht geringe Zahl von Einzelgesetzen gehört das stimmt von der zweiten Reihe ist das erste Hauptstück das gegen Ehebrecher unter welches sehr viele Gesetze fallen wie die gegen Verführer gegen Knabenschänder gegen die die ein ausschweifendes Leben führen und gesetzeswidrigen und unzüchtigen Geschlechtsverkehr pflegen alle diese Arten hat das Gesetz nicht aufgeführt um die große Mannigfaltigkeit der Zügellosigkeit zu zeigen sondern um den ein unanständigen Leben führenden das beschämde ihres Tuns recht klar zu machen und ihre Ohren mit allem Schimpf zu erfüllen sodass sie erröten müssen das zweite Hauptstück ist das Verbot des Mordens oder Tötens steht hier worunter alle die Bestimmungen über Gewalttat tätliche Beleidigung Misshandlung Verwundung Verstümmelung fallen wichtige und dem Gemeinwohl bedienende Gesetze das dritte Hauptstück ist das Verbot des Stehlens unter das alles fällt was über Hinterziehung von Schuldforderungen bestimmt ist über Ableugnung von anvertrauten Gut über Verletzung von Verträgen über offenen unverschämten Raub und über alle Vergehen aus Gewinnsucht überhaupt von der manche sich verleiten lassen offen oder heimlich fremdes Gut zu entwenden das vierte ist das Gebot dass man nichts falsches Zeugnis ablege mit dem wiederum vieles zusammenhängt wie keinen zu täuschen keinen falsch anzuklagen mit Verbrechern keine gemeinsame Sache zu machen Treue und Glaube nicht zum Deckmantel der Untreue zu machen über alle diese Dinge sind passende Gesetze gegeben das fünfte Gebot endlich sucht die Quelle alles Unrechts die unlautere Begierde zurückzudrängen von der die gesetzeswidrigsten Handlungen ausgehen gegen Private wie gegen die Gesamtheit Klein und Große vergehen gegen das Heilige wie gegen das Profane gegen Leib und Seele wie gegen die sogenannten äußeren Güter denn nichts ist geschützt vor der Begierde wie schon früher gesagt ist ja wie eine Flamme am Holz erfasst sie alles verzerrt es und richtet es zugrunde vieles von dem was was hierher gehört ist gesetzlich geordnet zur Warnung für solche die Ermahnungen annehmen und zur Strafe für die Gesetzes übertreter die ihr ganzes Leben durch diese Leidenschaften sich hingegeben haben so letztes Kapitel für heute Kapitel 33 so viel wird auch über die zweite Reihe von fünf Geboten genügen sodass der Inhalt der Zehn Gebote vollständig dargelegt ist die Gott selbst in seiner Heiligkeit geoffenbart hat denn es entsprach seinem Wesen den allgemeinen Teil der Gesetze in einer Person zu verkündigen die Einzelgesetze aber durch den vollkommensten der Propheten den er vor allen aus erkoren und nachdem er ihn mit den Gottesgeist erfüllt zum Dolmetsch seine Offenbarung bestellt hat nun aber wollen wir noch den Grund angeben warum er die zehn Worte oder Gesetze einfach als Gebote und Verbote verkündete ohne gegen die die sie übertreten würden wie da sonst bei Gesetzesgebern üblich irgendeine Strafe festzusetzen der Grund ist dieser der Verkünder war Gott der ja zugleich ein gütiger Herr ist Urheber nur des Guten keines Bösens über die Weltschöpfung und der Anmerkung hierzu da er nun seinen Wesen angemessen fand die heilsamen Gebote ohne Zusatz und ohne Erwähnung von Strafen zu geben damit überlegung freiwillig das Beste wähle wollte er seine Gebote nicht mit Strafandrohung verkünden nicht daß er damit Straflosigkeit den Übeltätern gewährte er wußte vielmehr daß die bei ihm wohnende Gerechtigkeit die zur Aufsicht über die Handlungen der Menschen eingesetzt ist da sie ihrer Natur nach das Böse hasse nicht ruhig bleiben sondern das Rächeramt an den Sündern als eine vertraute Aufgabe geben werde denn den Dienern und Stadthaltern Gottes kommt es ähnlich wie den Befehlshabern im Kriege zu gegen Fahndflüchtige die den Platz des gerechten Gottes verlassen mit Strafen vorzugehen dem großen Herrscher selbst aber gehört die Fürsorge für die allgemeine Sicherheit des Alls ihm dem Wächter des Friedens der alle Segnungen des Friedens allen und allen Orten und alle Zeit neidlos in Kriege so schickt Gott auch seinen Sohn aus um Krieg zu führen am Ende der Zeit so das war hier das zweite Buch von viele von Alexandria und wir werden dann nächste Woche so Gott will mit Josef weitermachen ja bis dahin wer noch Kommentare hat Fragen der kann hier im Kommentarbereich das noch unter dem Video im späteren Verlauf tätigen na dann bis bald Gottes Segen Schalom Mueller Besuch Ruh roh ruh 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 s ruh